Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe euch eigentlich geht's gut. Vorgestern habe ich ein bisschen Gacke gebaut. Ich war bei der Show-Tagstelle, ich wollte den Bratty präsentieren und ich habe die Maske vergessen zu ziehen und es ist auf jeden Fall nicht cool von mir gewesen, weil ich bin auch einer derjenigen, der sagt, man muss es tragen, um die Älteren zu schützen und ich habe einfach selber nicht daran gedacht. Es war auf jeden Fall nicht meine böse Absicht und jede Strafe, die jetzt da kommt, ich nehme die mit würd, ich nehme die, also das ist auch meine Schuld. Leute, an alle Leute nochmal da draußen, vergesst es nicht, manchmal aus Hektik, man hat zu tun, man will schnell raus, man will irgendwas machen, man vergisst die einfach, man darf die nicht vergessen, auch nicht aus Hektik. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag, Wochenende, du weißt Bescheid, Balibra!